Führungskräftewechsel, Umstrukturierungen, neue Prozesse. Erfolgreiche Unternehmen wachsen und verändern sich. Wie Change am besten funktioniert? Da gibt es zahlreiche Meinungen und genauso viele Coaches und Trainer, die einem ihr Zauberkonzept verkaufen wollen. Quasi one size fits all. Selbst dann, wenn viele Unternehmensprozesse eigentlich einwandfrei laufen. Ein System für alle? Kann nicht die Lösung sein, finden wir. Und haben uns deswegen folgender Fragestellung gewidmet. Was beeinflusst den Erfolg von Change-Prozessen im Kern? Das Ergebnis? Denkbar einfach. Egal welches Ziel. Change-Prozesse stehen oder fallen immer mit dem Engagement der einzelnen Mitarbeiter. Anders gesagt, der Bereitschaft, Verantwortung für die eigenen Aufgaben zu übernehmen. Und Lösungen statt Ausreden zu finden. Je höher die Loyalität zum Arbeitgeber, desto höher diese Verantwortungsbereitschaft. Aber wie steigern sie die Loyalität? Indem sich die Mitarbeitenden optimal gefördert, aber auch gefordert fühlen und mit ihrer Hilfe über sich hinauswachsen. Wie? Mit einem klaren und einheitlichen Führungsstil im Unternehmen. Mit Leading Simple. Zahlreiche Studien belegen, dass Führen ein erlernbarer Beruf ist. Wir liefern die passende Ausbildung. Dabei gibt es verschiedenste Komponenten, die wirkungsvolle Führung ausmachen. Deswegen ermitteln wir zunächst die Führungskompetenzen jedes einzelnen Teilnehmenden und bauen diese dann aus. Dabei sagen wir, was gesagt werden muss. So haben wir in den letzten 20 Jahren schon tausenden Teilnehmenden zu mehr Führungskompetenz verholfen und Unternehmen zu einer messbar höheren Mitarbeiterloyalität. Für weitere Infos und Termine melden auch Sie sich jetzt online zum kostenlosen Erstgespräch an. Einfach eintragen!